Und es geht schon weiter bei Lesbetronformers, der Untergang von Sabatron. Ich bin es, euer MC Muffix. Im letzten Part haben wir ein kleines Kapitel aus Bumblebee gespielt, namens Die Arche. Ja, und mit diesem Schiff wollten Optimus und andere Autobots nochmal von Sabatron erkommen. Doch, doch, leider kam der böse alte Onkel Megatron und hat das verhindert. Und Bumblebee hat sich geopfert. Aber jetzt spielen wir sechs Tage zuvor, bevor diese ganzen Geschehnisse waren. Und wir erfahren vielleicht auch, warum Bumblebee seine Stimme verloren hat. Wäre auch mal interessant. Und jetzt spielen wir erstmal als Optimus Prime in Irkon, schätze ich mal. Und ja, gerade sollen wir hier die letzten Rewerven einsammeln und die Stadt abschalten, bevor dann die Arche startet. Und damit starten wir gleich mit Kapitel 2. Okay, dann würde ich sagen, here we go. Oh, lass die Kerre zu den Toren fahren, irgendwas zurück. Oh, was denn das schön ist. Grimlock, do you read me? Grimlock! Ah, no answer. Der Wegbereiter! Hahaha, das passt, würde ich sagen. Warpcannon. Megatron isn't holding back anything this time. Ja, diesmal legt er richtig los. It's targeting the Ark! Ey, blödes Vieh, okay? F, um in den Fahrmodus zu erkennen. Yo, mach mal! Und rechte Maus, das war ein Boost. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm die Steuerung ist, im Werd-Mass-Booster. Keep going, Jetfire. I'll find another way. Ja, schöne Gießen. Mit dem Septicon-Warp-Tannin! Ah! Da vorne bin! I, hat uns ein halb Meter, ein viertel Meter daneben. Wo ist hier? Ja, der Wegbereiter, das passt wirklich. Der Wegbereiter, ey, das passt so wirklich. Okay, oh mein Gott. Ey, im ersten Teil, da wollte er es noch erobern und jetzt bombt er einfach alles weg. Siehst du? Ach, egal. Einfach weg, einfach weg, einfach weg, einfach weg. Zack, zack. Ja, machen wir, Werd-O-One. Ihr seid hier irgendwie zum Fünften und nicht mehr alleine. Ja, ich bekomme hier gerade irgendwie saumäßig viel Damage von allen Seiten. Ist der was? Nicht mein Problem. Why didn't Grimrock warn us? Uh oh. Ja, wir sind der letzte Prime, also... Darf ich durch? Identity confirmed. Enter Optimus Prime. Dankeschön. Ganz ehrlich. Ich hab mir jetzt schon gedacht, das Ballad auf uns. Der letzte Prime! Optimus, wir haben unser Bestes versucht, ohne Grimlock. Megatron rollt direkt über uns. E-ezy, Soldier. Danke, Bumblebee. Ich hab's. Töne es jetzt. Die Kraft ist noch nicht stabil. Mach's jetzt! Äh, E um was? E um was? Da stand irgendwas mit E. E um zu interagieren. Ach so! Oh. We're working as fast as we can, Optimus. Ach so, we can't expect it right. Ratchet is waiting for you, Optimus. Ach so. Ach so, we're waiting for you, Optimus. Optimus! I need a drill. Ratchet, how can I help? Silverbolts leak too much Enodon. We need to stabilize his power. Grab that cable. Now, plug it into his power supply. We blew a regulator. By the Matrix. We need that power online. Power's back. Well met, Ratchet. Think, Primus. I'll handle the rest, Optimus. I'm sure you'll need it elsewhere. Easy. Save your strength. Silverbolt. Den kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. Der sah damals auch besser aus. Begib dich zum Waffenkanon und greif auf Tertan 1 zu. Okay. Wir schaffen es. Leading over here. Hello. Hello. Look out. Oh, yeah. Hey. Almost got it. No Automode wird zurückgelassen. Da flug was kann denn der? Der hat einen Lasso. Cool. Ich will auch einen Lasso. Ey, überall wo wir hingehen, expediert er. Swap it! Ich habe das Servecenter am Südgate. Ich tue an ein Rescue Team. Schau mal rein. Ja, im ersten Part konnten wir nur die Waffen sammeln. Im zweiten können wir die sogar upgraden. Ich schau mal, was haben wir denn? Als Primärwaffe haben wir den Wegbereiter. Sonst können wir uns noch nicht hören. Bewerten. Was, wir können sie bewerten? Ich will sie über upgraden. Okay, wir haben nur 400. 400 was überhaupt keine Ahnung ah ne ich glaube da kaufen wir es doch nicht okay schließen guter Schöpfung langweilig der letzte Probe so wie geht es ja ne guter Sprung es ist ja auch schon das ist doch wir haben Kanzler nach der Tür wenn die Tür öffnet wir gehen weg du willst die Erlebnisse mit Gästen Gäste Ey, Warphead ist cool. Warphead ist echt ne coole Sau. Bam! Ey, Warphead, der ist einfach richtig sympathisch. Der wäre mir auch im ersten Teil sympathisch. Auch wenn er nur einmal gespielt hat. Bist du gut? Ja, du bist gut, hoffe ich jetzt mal. Ah, Moni. Okay. Und, mh, Kohle. Oh, und von hier ist gekommen, dass ich einen schönen Camp. Das gefällt mir. Oh, aber von hier ist bekomme ich Damage. Bam, bam. Was das hier schön ist. Moni, Moni, Moni. Moni für ne schwere Waffe haben wir nicht. Die Autobots werden natürlich gewinnen. Ganz ehrlich. Warum Rückzug? Es geht schon. Okay. Vielleicht auch nicht. Komm, da hin. Und, I'm not fly, hier alles geschafft, ohne Probleme. We need to remove it. Carefully. You say it, I'm not careful? Mh. Okay. Scout reporter, the Septicon Dropship is coming in hot. Looks like that dead pack will have to wait. Autobots take defensive positions. Optimus, you want dibs on that gun turret? I'm on it. Uh, ein Geschützturm. Das hört sich doch mal nett an. Erst zum Ziehen. Aha, das gefällt mir doch mal. Jetzt können die kommen, die kleinen Decepticons. We must protect this door at all costs. Gerne doch. Kann ich das zerstören, eigentlich, das Ding? Oder ob alle hier nur sinnlos drauf? Egal, unbegrenzt Munition. Wir müssen nicht nachladen. Kein Problem. Komm, komm, komm. Ich mag Einzelteile. We fight or we die. That's the plan. Links. Er wird hier nicht da oben rumgecampt, ganz ehrlich. Feiglinge hier. Ja, und rechts auch noch. Okay, obwohl ich meine MG hier habe, verdere ich ganz so viel Leben. Okay, das wäre gerade keine schlechte Idee. Oh mein Gott. Kann ich still regenerieren? Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wo kennt ihr sich? Den treffe ich nicht. Die Heinisierten, die kann ich nicht treffen. Und die machen mir die ganze Zeit damage hier. Das nervt. Okay. War's das? Das ist der letzte von ihnen. Gut Arbeit, Autobots. Jetzt, wir dealen mit diesem Tötetpack. Kann ich hier noch kurz Punkte einsammeln? Hey, Optimus ist schon gut. Okay. Ein Streublaster? Ja, den nehmen wir mal mit. Hier ist irgendeine Tür, die nicht aufgeht. Da ist der Wegbereiter. Ich nehme jetzt mal hier den Streublaster. Jawohl. Na, das ist eine Schottkant. Na ja, nehmen wir es mal mit. Schauen wir mal. Optimus. Ich glaube nicht, dass ich dieses Tötetpack selbst mit mir behandeln kann. Ich habe gedacht, du hast so gefühlvolle Arme oder Roboter-Dinger, mit denen du es ganz leicht entschärfen kannst. Protonen-Gewehr. Oh, ein Sniper. Kann ich ja mal draufschießen. Ich will nur testen, was passiert. Oh, Perceptor? Wo ist er? Wir werden auch so ein cooles Hover-Ding haben. Was habe ich? Ich habe Reifen am Rippen. Ah. Ja, also es ist ganz... Aus. Okay, gut. Dann beeindrucken wir es mal. Perceptor, was hast du zu sagen? Wir haben noch ein Nerv-Center-Up-And-Running-Gerden. Näh. Von wegen. Primus. Hier ist ein anderer Molecular-Fuse. Optimus, wenn du so nett bist, um einen anderen Fuse zu befinden. Ich werde das Perceptor-Verhalten. Wir sind ja letzte Primus und wir sollen hier die ganze Zeit nur Sicherung ersuchen. Ehrlich, Mann. Ey, müssen wir sagen, dass der so gestorben ist? Oh. Schlimm. Schlimm. Jetzt weiß ich, warum die Autobots untergehen, wenn die Leute so sterben. Okay, reintun. Okay. Okay, dann kümmern wir uns mal darum, dass hier keiner reinkommt. Äh, Dimension. Dimensionstizermierer. Okay. Weiß was, ich hasse Decepticons. Okay, wir werfen jetzt die Granate. Oh, ein schwarzes Loch. Geil. Geilo, ein schwarzes Loch als Granate. So kürzlich das. Okay, dann laufen wir mal weiter. Nehmen wir hier noch ein bisschen Magazin auf und schauen, was es hier so schönes gibt. Okay, Optimus. Um zu der ersten Artillerieunit zu kommen, musst du durch die Ingenierung gehen. Das ist, wo wir die Arx-Booster-Busters umsetzen. Ich erinnere mich. Dein Weg sollte ziemlich klar sein. All diese Maschinen werden jetzt überwiesen. Alles, was jetzt noch ist, ist die Stadt der alten Foundation-Pump. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da hin. Aber erst im nächsten Part von Let's Play Transformers, der Untergang von Sabotron. Bis dann, euer Demsie-Mafix. Ciao.